Tu was. Wir sitzen wie betäubt vor all den tausenden Kanälen, die wollen uns damit ruhig halten und sollten sich doch schämen, doch sie schämen sich nicht, das weiß jedes Kind, weil es nämlich nicht die Politiker sind. Nein, die schämen sich auch nicht, haben keinen Grund zur Klage, doch auch siegen eng und tropft das Geld, ist gar keine Frage. Und wir sehen zu, wie sie einen Fußballer kaufen für 200 Millionen, nur um auf dem Spielfeld rumzulaufen. Es sind die, die von Zinseszinsen leben, die gierlich sind und nicht zurück uns geben. Sie steuern diese Welt aus dem Hintergrund und stoßen sich an unseren Kriegen gesund. Es sind die, die von Zinseszinsen leben, die gierlich sind und nicht zurück uns geben. Sie steuern diese Welt aus dem Hintergrund und stoßen sich an unseren Kriegen gesund. Drum tu was! Hör nicht auf die Medien, denn genau die machen dich dumm. Sie tanzen nach Belieben auf der Nase hier herum, verpacken es in Wahrheit, doch sie zeigen nur den Teil, der denen dient die Zahlen. Wen macht das alles frei? Dich und mich ganz sicher nicht, wir sind nunmehr gefangen in den Lügen des Geldes. Doch mitgegangen, mitgehangen, wir kommen da nicht raus, wenn wir nicht anfangen zu denken. Was nicht bedeutet, sich in Bauer sucht, Schwiegertochter zu versenken. Es sind die, die von Zinseszinsen leben, die gierlich sind und nicht zurück uns geben. Sie steuern diese Welt aus dem Hintergrund und stoßen sich an unseren Kriegen gesund. Es sind die, die von Zinseszinsen leben, die gierlich sind und nicht zurück uns geben. Sie steuern diese Welt aus dem Hintergrund und stoßen sich an unseren Kriegen gesund. Drum tu was! Kollege Reinhard Main nannte es sehr genau beim Namen. Sie nennen es das Volk, doch sie meinen Untertanen, manipulieren die Welt ganz nach Belieben, spielen uns gegeneinander aus in all den Kriegen und in all den Krisen, ob Wirtschaft oder Banken, gebrauchen unsere hohen Macht, um die Entschöpfung zu tanken. Denn das ist genau, was sie nicht selber können denken. Drum fang endlich an, den Menschen Liebe zu schenken und tu was! Hm, ja, tu was! Geld ist nicht das Papier, wenn auch das es gedruckt ist. Und doch redet man dir ein, dass du ohne es nichts wert bist. Das ist die größte Lüge dieser Zeit, du sollst dich messen an der Liebe, an der Hoffnung, die du gibst. Ist das vermessen? Drum tu was! Ja, oh, oh, drum tu was! Es sind die, die von Zinseszinsen leben, die gierig sind und nichts zurück uns geben. Sie steuern diese Welt aus dem Hintergrund, stoßen sich an unseren Kriegen gesund. Es sind die, die von Zinseszinsen leben, die gierig sind und nichts zurück uns geben. Sie steuern diese Welt aus dem Hintergrund und stoßen sich an unseren Kriegen gesund. Drum tu was!